Musik Wir befinden uns hier auf dem Berliner Teufelsberg. Das ist eine ehemalige Abhöranlage, wo zum Beispiel die NSA stationiert war. Und wir haben hier ein ganz spannendes Gelände, wo wir mit den verschiedensten Stationen die Leute gespaßen können. Musik Beim Crossgolf spielen wir Golf ohne die strenge Etikette, die man sonst so auf dem Golfplatz hat. Also wir haben hier einfach Spaß am Abschlag. Musik 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 Das besondere ist, dass wir unsere Cross-Golf-Stationen mit Team-Stationen verbinden. Also man muss im Team erst eine Aufgabe lösen, um an den nächsten Abstand zu kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt ein bisschen rüber. Untertitelung des ZDF, 2020